Was bist du denn? Ach, ne Blume. Achso. Huch, Hallöchen. Alter, jetzt siehst du ja bei Nachts gar... äh, bei Nachts. Genau, bei Nachts siehst du natürlich gar nichts mehr. Das ist ja sehr schön. Na toll. Äh, haben wir hier irgendwo... Hier in der Wüste ist, glaube ich, ein bisschen besser. Da siehst du ein bisschen mehr. So, da ist schon mal was gestorben. Eine Spinne. Und ich bekomme natürlich Erfahrung. Das ist sehr schön. Da hinten ist ein Enderman. Mr. Anderson. Tja, so hier. Fehler in der Matrix. Waah, Mini-Zombie. Waah, großer Zombie. Na gut, der ist jetzt nicht so schlimm. Die Spinnen sind irgendwie schlimmer. Alter, haut ab. Haut ab. Haut ab. Huch, ich glaube, da ist ein Creeper explodiert. Zum Glück machen die nichts mehr kaputt. Das finde ich toll. Und ich muss schon wieder... Alter. Hilfe. Ich glaube, das ist nicht so günstig hier... Okay, weg mit euch. Weg, 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 weg mit dir. So. Jetzt natürlich der Enderman da noch. Das war sehr schlau, den jetzt anzugreifen. Was? Ach, das ist doch wohl nicht wahr. Das gibt's doch nicht. Alter. Ich geh jetzt pennen, jetzt reicht's mir. Warte mal. Ich geh jetzt pennen und geh beim nächsten... Ach, willst du mich verarschen? Das gibt's doch wohl nicht. Geh ich halt woanders pennen. Hier. Na also. Darf ich mal schlafen? Das ist ja wohl unfassbar. Bin ich zweimal gestorben? Ist aber auch viel zu dunkel. Man sieht einfach nichts mehr bei Nacht. Das ist das Problem. Ich meine, wie sollst du denn kämpfen, wenn du nichts siehst? Oh, hier mach ich mal Tür zu. Ganz wichtig. So, und jetzt muss ich natürlich irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Was nicht so einfach ist, weil hier überall Viecher sind, die mir Böses antun wollen. So. Zum Glück können wir jetzt die Creeper egal sein. Dann sprengen die nichts mehr in die Luft. Das gefällt mir irgendwie. Muss ich ja sagen. Auch wenn jetzt einige sagen, oh, das ist aber Cheaten. Ja, weißt du, ist mir doch egal. Ja. Wenigstens sprengen die dann nichts mehr in die Luft. So, wo wurde ich denn jetzt hier getötet? Das war doch hier. Da vorne. Siehst du? Alter, die FPS ist eine Katastrophe. 3. 22. Was ist denn los? Alter, wahrscheinlich weil hier so viele Sachen auf dem Boden liegen oder was? Ich verstehe es nicht. So, habe ich jetzt wieder alles. 38 Wolle. Ja, ich muss mir hier Rüstung wieder anlegen. Die ist ja auch schon fast kaputt. Ist ja schlimm. Hier liegt natürlich noch Erde rum. Ganz wichtig. Und das ist gar nichts. Was soll denn das darstellen? Hä? Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Das hier sieht aus wie Seetang oder sowas. Aber das hier, Muscheln? Also irgendwie passt das nicht. Ich meine, wie kommt man darauf, Muscheln in Sand reinzumachen? Zumal Sand ja eigentlich in der Wüste vorkommt. Gut, auch am Strand, aber nicht hauptsächlich. So, das Schwert möchte ich hier wieder haben. Die Spitzsacke möchte ich da wieder haben. Hatte ich das Eisenschmerz letztens zum Kämpfen? Nee, hatte ich nicht. Nee, nee, war schon richtig. So, jetzt möchte ich noch die Axt dort haben. Oder eigentlich dort. Dann mache ich mal da hin. Die Schere wollte ich noch. Und dann... Gut. Also bei Nacht kämpfen mit More Creatures. Also... Vielleicht nicht die beste Idee. Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal was essen hier. So, da hinten ist der Leuchtturm. Und hier bekomme ich noch ein wenig Holz. Theoretisch, wenn ich das haben wollen würde, was ich gerade nicht möchte. Ich möchte eigentlich hier durch. Komme ich da durch? Ja, da komme ich durch. Allerdings hier nicht. Toll. Hehe, schön. Ich muss mal... Äh, hier. Hier geht's rein. Okay. Aber was war denn das für ein Flamewraff? Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich von More Creatures. Logischerweise. Weil in Minecraft gibt es das normalerweise nicht. Wenn ich nicht ganz doof geworden bin inzwischen. Und das einfach vergessen habe, dass es in Minecraft Flamewraffs gibt. Aber ich vermute nicht, dass es die gibt. Also die kommen natürlich von More Creatures. Vermute ich jetzt mal. Sollte eigentlich so sein. Naja. So, ich glaube, ich brauche ganz viel Wolle. Ich glaube, das hier würde auch nicht reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon habe. Noch habe ich unter 64. Offensichtlich. So. Das wächst leider auch nicht so schnell nach bei den Schafen. Jetzt habe ich 65. Okay. Jetzt müssen die hier mal... Warte mal. Habe ich nicht irgendwo da? Habe ich mal Weizen. Dann kannst du die mal hier wegblocken. Alter, jetzt kommen schon wieder ganz Schafe hier an. Kann irgendwer? Ja. Irgendwie können alle. Okay, mach die mal. Da gibt es schon wieder Erfahrung. Juhu. Also gleich. Also hier habe ich schon. Okay. Mehr gibt es nicht scheinbar. So. Dann esse ich jetzt mal ein paar Brote. Tö. Tö. Lalo, lo, lo. Mh, lecker Brot. Für die Welt. So. Ähm. Ja, die Schafe haben sich jetzt vermehrt. Da ist schon wieder das nächste Schaf nachgewachsen. Also die Wolle. Und die FPS ist schon wieder im Keller. Das ist eine Katastrophe. What the fuck? Wieso? Ernsthaft? Warum? So. Ich brauche auf jeden Fall sehr viele Zäune. Nehme ich mal die Eichenholzbretter. Mache ich mal draus. Und dann mache ich mal hier. Und. Schwupps. Und Schwupps. Und Schwupps. Halt so. Ob das reicht? Ich. Ne. Ich glaube nicht. Das reicht auch nicht mal ansatzweise hier. Huch. Wow. Ein Stock bleibt übrig. Hey. Toll. Ja. Sehr schön. Äh. 36 Zäune werden glaube ich auch nicht reichen. Naja. Ich nehme jetzt erstmal das Eichenholz zum Bau. Moment. So. Okay. Und dann gehe ich mal nach oben. 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 Kenobi. Äh. Hier habe ich noch zwei Leitern. Aber die. Hoch. Möchte ich gerade gar nicht nutzen. Die Knochen kann ich auch mal wegschmeißen. Ne. Macht man ja so. Wirft man einfach seine Knochen weg. Äh. Eichenholzbretter brauche ich. Habe ich noch mehr? Habe ich noch? Habe ich noch? Nein. Manchmal so. Jetzt habe ich mehr. Juhu. Lalalala. Ne. Hier kommt ja eh was anderes hin. So. Hier kommt dann theoretisch das hin. Äh. So. 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 Siehste. Passt genau. Als hätte ich das damals ausgemessen. Habe ich aber nicht. Ich weiß nicht warum das genau passt. ganz seltsam. Äh. Mache ich nochmal so. Und dann mache ich hier mal. Warte. Ähm. Muskel hat überlegen wie ich es am besten mache. Mache ich das jetzt hier. Hier. Hä? Äh. Wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich war doch auf dem Zaun drauf. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe vor allem. Vor allem habe ich Shift gedrückt und bin trotzdem runtergefallen. Obwohl ich auf dem Zaun drauf war und Shift gedrückt habe. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe es nicht. Vor allem wie komme ich jetzt hier drauf? Äh. Äh. Habe ich noch Erde? Wo ist das da als Erde? Das ist doch auch gar nicht hier. Ich bin Katastrophe. Also Erde und Kiesse zu unterscheiden. Äh. Erde und 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 Holz zu unterscheiden ist echt nicht einfach. Wenn ich jetzt so mache. Dann müsste ich hier das so. Ja. Ja. Das ist glaube ich okay. Ja. Kann man glaube ich so machen. Ich frage es nur wie lange mache ich denn die Flügel? Müsste eigentlich. Warte mal. Das geht jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dürfen die nur lang sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Wie lang sind die jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das muss reichen. Mehr darf ich gar nicht. Einfach aus dem Grund. Weil wenn die da nach unten zeigen würden. Theoretisch. Ne. Gehen wir mal davon aus. Ähm. Dann würde natürlich. So warte mal. Muss das jetzt oben drauf? Ja. Ja. Okay. Ja. Stimmt. Ja. Genau. Das heißt jetzt muss. Also da jetzt natürlich ein Wolle drauf. Das ist natürlich richtig schön. Und hier muss auch nochmal. Ups. So richtig. Ja. Müsste eigentlich. Ähm. Und dann müsste die Wolle nochmal da vorne hin. Halt. Jetzt. Also da komme ich auch gar nicht ran. Von hier aus. Praktischerweise. Jetzt fällt die natürlich auch noch runter. Toll. Richtig schön. So. Jetzt komme ich ran. Halt. So. Da müsste nochmal Wolle hin. Ist das überhaupt richtig rum? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt so mache. Dann würde jetzt praktisch. Hm. Eigentlich sind die Flügel. Nee. Das geht so nicht. Warte mal. Okay. Eigentlich müsste das glaube ich anders gemacht werden. Äh. Genau. Wow. Ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt hier nochmal die Wolle weg. Warte. Weg. 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 Und. Weg. Und dann muss ich mal gucken. Wie mache ich das denn am besten? Wie komme ich denn da jetzt? Dann baue ich ein Baugerüst. Ne? Ja. Wie soll ich es anders machen? Mist. Egal. So. Muss ich mal schauen. Habe ich ja Erde hier. Kann ich ein Baugerüst bauen. Auch wenn ich keine Schaufel habe. Um das wieder wegzureißen. Aber. Wer braucht schon Schaufeln? Ich mache dir endlich eine Schaufel. Ja. Ist ja gut. Mein Gott. Jetzt drängt noch nicht. Ist ja schlimm. So. Die Frage ist nur. Wie komme ich denn jetzt hier am besten hin? Da wo ich hin will. Wo will ich denn überhaupt hin? Hier glaube ich. Ich glaube ich mache das jetzt mal so. Ich hätte es mir eigentlich anders gedacht. In der. In meiner Vorstellung. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Und mache jetzt mal hier. Blüps. Blüps. Lolololololololololololololololololololololol. So. Genau. Und dann muss ich nochmal halt in diese Richtung bauen. Mit Erde natürlich. dumm, 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 ich weiß gar nicht wie weit bis hier, keine Ahnung so und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 waren es, ne, ja, genau und dann blüps, blüps, blüps blüps, blüps, blüps blüps, so sieht jetzt ein bisschen komisch aus, muss aber so so und jetzt blüps blüps, ist jetzt natürlich doof, jetzt muss ich erstmal hier das weg machen, warte ach, ich hab jetzt natürlich keine Schaufel, das ist ja sehr schön, dann geht das richtig schnell okay, ich mach gleich eine Schaufel, wenn ich das hier weggerissen habe äh, beziehungsweise muss ich ja vorher mal gucken, dass ich überhaupt hochkomme ich muss jetzt nämlich noch nach oben ne, jetzt muss ich erstmal nach unten das war ja sehr schlau hier kann ich auch nicht springen, ne ne, toll also so natürlich, jetzt erstmal so blüps, weg damit und weg damit und weg damit weg damit jetzt muss ich mal gucken jetzt muss ich hier nach unten bauen irgendwie na, und dann muss ich hier auf der Seite und auf der anderen Seite theoretisch auch also das kann ich so machen, okay und jetzt noch weiter nach unten eins, zwei sollten erstmal reichen so, jetzt hab ich drei, vier fünf könnte man natürlich auch schräg bauen jetzt hab ich natürlich so rum gebaut ich weiß nicht warum, sechs sieben noch einen weiter okay so, ich weiß auch nicht ob das jetzt überhaupt gut aussieht keine Ahnung frag wen anders ich bin da nicht so drin in dem ganzen was ist das? achso, Büsche ich dachte schon pfff alter, krieg ich jetzt schon Paranoia von Büschen ja weil ich letzte Nacht zweimal gestorben bin so die FPS ist schon wieder ach ja alter ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll so, jetzt wird's Nacht ich muss ja mal erstmal hier ein Schluck Wasser trinken so man möge es mir verzeihen so ja ähm huch hier möchte ich hin so, hier da hab ich noch Kartoffeln hier sind glaube ich auch noch fertige drin alter, das sieht jetzt sehr komisch aus aber auch interessant so, okay Ofenkartoffeln brauche ich aber gerade nicht ich habe noch jetzt hier ein Schaf drin hey hey Schaf nein alter jetzt ich bin ein sehr tierlieber Bauer das muss man ja sagen weil bei mir laufen auch die Schafe im Haus rum ne wer hat denn sowas nicht ne so theoretisch habe ich schon ob das so geil aussieht weiß ich noch nicht oh geht eigentlich geht eigentlich sieht ein bisschen komisch aus aber es ist schwierig eben einfach ne Windmühle zu bauen sag es mir wie soll's denn gehen hä hä hast du ne bessere Idee ich könnte natürlich auch die Streben außen hin machen und die Wolle in die Mitte das geht natürlich auch aber ich weiß nicht ob das besser ist so auf jeden Fall muss denn hier drauf auch nochmal Wolle so und dann muss hier nochmal eins zwei drei vier fünf sechs genau und dann wups huch hä jetzt habe ich das in mich reingebaut ich frage da am besten gar nicht nach muss vor allem noch einen höher so okay jetzt muss ich wieder runter aua so und dann könnte ich mir das theoretisch mal von unten angucken ich weiß ja nicht wie es jetzt aussieht schauen wir gleich mal ich glaube aber das sieht noch nicht so geil aus ach das ist auch schwierig was soll's denn machen in Minecraft eigentlich geht's ja aber ich müsste theoretisch jetzt muss ich natürlich erstmal ich muss mal die Erde aufsammeln was ist denn das äh Meridian 59 ach ja stimmt ja genau so ich hab immer noch keine Schaufel gemacht das ist ja schlimm ich mach jetzt mal eine Schaufel oder ich guck mal ob ich noch welche habe ich hab wahrscheinlich sogar noch welche weiß ich grad gar nicht kann natürlich durchaus sein Sicher bin ich mir gerade nicht. Oder ich habe die schon mitgenommen? Keine Ahnung. Habe ich denn noch? Hier noch nicht. Hier oben. Sieht hier nicht sehr schaufelig aus. Ne. Okay. Ich brauche Eisenbaren. Und zwar... Moment. Ein paar... Wie viel brauche ich denn eigentlich? Was habe ich denn? Den Kopf fehlt mir noch. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier drüben noch eine Rüstung irgendwo habe. Oder habe ich die... Ne. Ne, hier ist keine. Habe ich die dann drüben gelegt? In den Werkzeugen? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Wo habe ich denn jetzt? Hier habe ich tatsächlich noch einen Eisen... Dings, Stiefel und Brustpanzer. Toll. Naja, nicht der Kopf, den ich brauche. Warte, manchmal... Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und dann mache ich... Habe ich hier wenigstens noch... Einen Stock habe ich noch drin. Das ist ja praktisch. Das Problem ist nur, das passt dann natürlich genau nicht. Toll. Ich kann ja noch ein paar Fackeln machen. So, hier. Lups. Okay. So, und dann nehme ich diese wunderschönen Eichenholzbretter. Mache da mal Stöcker draus. Und dann... Lups. Und... Huch. So, ist richtig. Und jetzt nochmal Fackeln. Na, jetzt. Und für den Helm brauche ich natürlich fünf Eisen. Ich... Sehr schlaues Mensch. Also. So. Eisenhelm. Okay. Sieht auch interessant aus. Hallo. Lalo. Schüttel doch nicht da in den Kopf. Ja, ist ja gut. Ah, mir wird schüttelig. So, okay. Okay. Ich wollte... Was wollte ich tun? Ach so. Genau. Ich wollte mal einmal ganz kurz die Mühle weiterbauen. Und ich wollte dann nochmal was machen. Genau. Ich erinnere mich. Ich weiß auch was ich da machen wollte. Also ich brauche keine Wolle mehr. Das ist ja schlimmer. Toll. So. Ich wollte... Das nochmal umtauschen. So rum ist richtig. So. Okay. Also. Der Plan wäre hier vorne nochmal. Ich weiß nicht ob das gut aussieht. Doch. Das sieht glaube ich besser aus. Ja. Mach ich gleich mal. Halt. Ich mach es jetzt erstmal hier unten. Mach ich hier mal weg. Dann mach ich da auch nochmal Wolle hin. Das ist so ein bisschen abgeschlossen. Weißt du? Ja. Sieht glaube ich besser aus. Ja. Sieht glaube ich ein bisschen besser aus. Sicher bin ich mir aber nicht. Vielleicht auch wenn ich die hier noch weg mache. Weiß ja nicht. Ob das... Das sieht sogar besser aus. Glaube ich so. Als das was ich da aktuell habe. Gut. Dann mach ich mal folgendes. Dann muss ich mich natürlich hier hochbauen. Ist das hier richtig? Ja. Hier. Hier ist richtig. Hier hochbauen. Und das dann hier nochmal machen. So. Das heißt jetzt also. Ich brauche mal die Schere. Und ich brauche auch die Wolle. Moment. So. Mach ich mal so. Es fällt natürlich die Wolle runter. Ist ja klar. Es muss ja so. Halt. Hier ist die Axt. Sieht noch ein bisschen komisch aus mit dem Tech-Shapik. Beziehungsweise gewöhnungsbedürftig. Aber passt eigentlich. So. Da ist jetzt auch der Zaun runtergefallen. Natürlich fällt alles runter. Ist ja klar. Ich muss ja alles immer runterwerfen. So kennt man mich ja. So. Das muss weg. Da muss was hin. Und das hier muss weg. Weißt du. Diese kleinen Details. Die machen aber die meisten Zeit. Die du brauchst. Die brauchst du nur wegen den kleinen Details. So. Hier kommt man dann. Ich traue mich nicht. Boah. Alter. Ich traue mich nicht darüber zu springen. Hat gerade noch so geklappt. So. Das da muss weg. Das da muss weg. Und dann muss. So. Wieso geht nicht. Ach scheiße. Wieso geht denn das schon wieder nicht. Das ist doch eine Katastrophe. Also. Wenn ich jetzt hier. Ne. Ich kann das einfach nicht setzen. Das ist das Problem. Ich muss jetzt hier so machen. Aber dann kann ich nicht. Äh. Doof. Warte. Wenn ich jetzt so mache. Hahaha. So. Und dann kann ich nämlich hier das weg machen. Und kann wieder zurück. So. Oben habe ich schon. Ja. Oben habe ich schon. So. Jetzt ist es fertig. Gut. Jetzt sind wir wieder runter. Ich. Ich kürze mal nicht ab. Aua. Toll. Hat trotzdem weh getan. Äh. Ja. Hier ist noch Wolle. Und natürlich ein Zaun. So. Und hier drüben müsste auch nochmal das gleiche liegen. Sogar zwei Wolle. Oder auch nicht. Ne. Nur ein Wolle. Okay. Sieht aber. Ich weiß jetzt nicht wie gut das aussieht. Aber ich glaube das ist ganz okay. Oh. Da ist noch ein Fehler in der Matrix. Muss ich nochmal nach oben. Hilft ja nicht. So. Das muss weg. Und ich glaube hier müsste man mal. Ja doch. Mach ich nochmal den. So.